Freunde, heute spielen wir den Roblox-Ball-Essen-Simulator und schaut mal, ich bin noch ein richtig kleiner Ball, aber mein Ziel ist es, der größte Ball der ganzen Welt zu werden! Ähm, Lucky, ich bin schon der größte Ball der ganzen Welt, oh yeah! Warte mal, warst Billy's auch dabei? Äh, wo bist du, Billy? Und ich seh grad Nelly, du bist ja auch dabei! Ja, Simlucky, ich bin hier auch, warte mal, soll ich hier aufessen? Nein, Nelly, hör auf, mich auf zu essen, geh weg von mir! Doch, komm her, Simlucky, ich werde hier aufessen! Ich esse euch alle auf, weil ich hab richtig, 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 richtig... Ey, ich muss aufpassen, es sind zu viele Leute, oh man, wie viele sind das? Nelly, du musst mich beschützen, bitte! Ich werd gleich auch aufgegessen, ich muss aufpassen, schau mal, ich hab schon 55.000 Stärke, oh ja! Leute, ich hab eine Million Stärke! Billy, du stehst oben rechts nicht mal, das ist gelogen, Nelly ist krasser als du! Ja, schau mal, ich bin schon, ich bin Top 5! Okay, aber mein Ziel ist es, der krasseste zu werden und ich werd Nelly ganz sicher... Oh, warte mal, Billy, ich seh dich! Hey, du bist ja fast schlechter als... Äh, Billy, entferne dich von mir! Simlucky, das ist dein Untergang, ich werd dich aufessen und dann werd ich dich wieder rauspupsen! Alter, Billy, weg von mir, okay? Komm mir nicht zu nah! Simlucky, das ist dein Ende, das ist dein Ende! Oh nein, Leute, da ist ein richtiger fetter Ball, Junge! Simlucky, ich kann dich essen! Nein, Leute, ich muss ganz schnell was... Warte mal, Leute, ich hab hier eine Idee und zack, let's go! Ha, 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 Billy, ich hab das... Ah, nein, du hast auch richtig viel bekommen! Leute, was mach ich jetzt hier? 5000, zack, dreh am Rad, Leute! Nein, ey, Billy, lass mich in Ruhe! Wenn ich, wenn ich dein Freund bin, lass mich in Ruhe! Du bist nicht mein Freund, ich esse dich auf, ich esse dich auf! Billy, du hast Karma bekommen, ha, ha! Ey, was soll das? Hey, Billy, das war sowas von Karma! Leute, lass dich nicht fern! Haha, Billy, du musst einfach selber... Oh nein, ey, hier sind viel zu... Junge, das Game ist ja richtig fies, was soll man da machen? Die unter 3,5 Millionen, wie krass das der denn bisher... Okay, jetzt gerade sieht es aber wieder entspannt aus! Ich wollte es nur aufwenden, dann merke ich... Warum hast du dich vor allem? Ja, bist du ja wieder, ich esse dich auf! Nein, Billy! Hä, wie bist du... Ernst, Billy, warum hast du das getan? Kleiner Doob, Junge! Leute, wiederbleiben! So, was? Es kostet 119 Robux? Billy, das heißt, du hast Robux ausgegeben, oder was? Äh, nee, hab ich nicht! Ich hab keine Robux ausgegeben! Okay, und wie hast du dich denn sonst respawnt? Hm, Glücksrad! Oh, was? Glücksrad? Das stimmt, Leute, wir können einen Glücksrad drehen! Freunde, ich werde nicht rechnen, Billy, ganz ehrlich! Was der mir gerade... Oh, plus 3 Spins? Ist ja voll OP! Hm, so lucky, schau mal, ich bin Platz 3 schon! Wow, Nelly, du bist... Wow, okay, Leute, das Glücksrad ist ja mal Ultra-OP! Ich glaub, damit muss ich gar nicht rein! Okay, Billy, du kriegst sowas von deiner Rache! Okay, Mackie, wo bist du? Hä? Wenn du willst, trau dich doch! Hm, ich mach fertig, Alter! Oh nein, Billy, wirst du auf keinen Fall machen! Du bist Noob, kannst sowieso gar nichts! Ganz ehrlich, ich bin echt ja Noob! Oh nein, Billy, ich bin kein Noob! Ich bin viel besser als du! Denn ich hab ja schon 35.000 Stärke! Haha! Damit kann mir niemand was! Äh, 35.000 ist extrem schlecht! Hm, so lucky, soll ich dir keinen Kuss geben? Ja, Nelly, warte! Nee, 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 in diesem Modus auf keinen Fall! Hm, wie wär's, wenn ich dir einen Kuss gebe? Haha! Nein, Nelly, äh, Alter, warum wollt ihr mich alle essen? Das ist nicht cool! Leute, ich muss dir irgendwo... Gibt es dir irgendwo einen Shop oder so? Okay, perfekt, Freunde, ich renne weiter nach oben! Und währenddessen kaufe ich mir jetzt was Krasses! Sim, Lucky, bleib stehen! Ich krieg dich! Du kannst nicht von mir wegrennen! Leute, zweimal mehr Größe, Magnet, Geschwindigkeit... Ich glaub, Geschwindigkeit wär ultra-OP! Billy, warte mal! Billy, wen seh ich denn da vorne? Ähm, Lucky, ähm, was meinst du? Ich bin hier grad... Ey, stopp, geh weg von mir! Billy, oh nein, das ist jetzt dein Untergang! Okay, du wolltest mich gerade aufessen! Jetzt werd ich dich aufessen! Hm, so Lucky, alles gut! Ich nehm mir schon meine Rache an, Billy! Ey, das ist ein gutes Team! Das ist nicht fair! Hm, ich werd's jetzt aufessen! Haha, Leute! Perfekt, das funktioniert jetzt richtig super! Ja, Billy, jetzt hast du dein Karma bekommen! Mhm, warte mal! Billy! Leute, ich bin dritter Platz! Let's go! Und ich bin zweiter! Aber der erste ist ja... Der Junge, der hat so krassen Abstand, das kriegen wir niemals eingeholt! Äh! Na, hier auf mich aufzuessen! Lass mich bitte in Ruhe! Bitte, bitte, bitte! Hm, ich werd dich aufessen! Okay, Leute, Billy, äh, Billy, du armer! Hä, Billy ist schwarz geworden! So wie mein Poop! Okay, das war ekelhaft, Billy! Hm, Leute, ich schau mal nach, Freunde! Ich muss mir was krasses kaufen! Wie wär's, wenn wir... Was können wir hier alles kaufen? Ich schau mal! Hm, was ist hier das OP-Steste? Schreib's mir mal in die Kommentare! VIP mal zwei! Hä, ist ja voll belegt! Leute, das kaufen wir! Äh, Lebensmittel, ähm, Duplikator! Boah, das ist richtig OP! Das muss ich mir kaufen, Leute! Warum klappt das nicht? Ich will mir VIP kaufen! Das klappt irgendwie nicht! Ah, du bist ein Noob, deswegen funktioniert es nicht! Oh doch, es funktioniert hier! Und bam, Leute! Haha, jetzt hab ich VIP! Ey, das ist Cheaten! Ähm, nee, das ist nicht Cheaten! Ich bin jetzt einfach nur Fieber... Leute, okay, das ist ultra krass! Schaut mal, wie heftig das ist! Es kriegt richtig viel Plus! Und Billy, äh, warte mal, Billy hat mehr als ich! Jetzt fress ich dir auf, der Lucky! Haha! Oh, Leute, wisst ihr was? Nein, das wird er nicht! Denn ich werde jetzt hier vorne ganz schnell größer mich kaufen! Und dann kann Billy nix mehr gegen mich anrichten! Billy, willst du mich wirklich aufessen? Äh, warte mal, der Lucky bist da vorne! Haha, weißt du was? Ich werde dich aufessen! Ich komme jetzt sofort zu dir! Hehe, du hast viel weniger als ich! Ich hab ein tausend weniger, Leute! Und wisst ihr was? Soll ich mir jetzt 10.000 Größe kaufen? Lass dafür allen Abo und ein Liken innerhalb der nächsten 3 Sekunden auf 3, 2, 1 und 0! Let's go, Leute! Wisst ihr was? Weil ich so viele Likes sagen gelassen habe, kaufen wir uns sogar 500.000 Größe! Ich werde dich aufessen! Ich werde dich aufessen! Billy, bist du dir sicher? Hahaha! Ich bin ein... Ich bin ein... Billy, ähm, Billy, äh, wie, wie komme ich hier raus? Hallo? Äh, warum bist du groß geworden? Ich fress dich doch nicht auf! Alter, wie komme ich hier raus? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Ey, komme ich hier irgendwie da raus aus dem Spawn? Hm, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, ich glaube, du bist stark! Oh, warte, Leute! Ich hab Karma bekommen! Witsch, ey, das kann doch nicht sein! Aber ich hab hier richtig viele Skins jetzt! Schaut mal, ich hab richtig... Oh, Junge, hab ich fett Cash bekommen! Leute, ich hab jetzt 500.000, 200 Robots ausgegeben, nur damit ich stark bin! W-was ist das? Okay, Leute, es sieht ganz so aus, als ob ich 500.000 Stärke mir gekauft hab, also Größe, und jetzt alles verlieren muss, weil ich komm hier nicht mehr raus! Und es bringt jetzt sowieso nichts mehr, hier zu sein! Ich muss einfach lieben! Was hab ich hier getan? Ah, das mag ich, das ist Karma, weil du cheaten wolltest! Okay, Leute, wisst ihr was? Das reicht mir! Ich bin eigentlich jetzt grad der krasseste zweiter Platz, aber jetzt muss ich davon lieben! Und ich werde hier alles! Mann, Freunde! Aber ich werd meine Rache nehmen! Okay, Freunde, ey, es geht mir echt so weit! Kann das jetzt... Ich bin jetzt nicht wieder ein kleiner... Ey, Freunde! Leute, die wollen mich doch pranken! Ich bin wieder ein kleiner... Aber ich hab mein Cash behalten! Das heißt, ich kann mir hier krasse Skins kaufen, Leute! Wow, okay, ich kann mir extrem heftige... Yo! Soll ich Drachenskin holen? Leute, hier gibt's richtig geile Skins! Welchen Skins holen wir uns? Hm, ich würd sagen... Ey, wir holen uns Nugget, Leute! Das ist einfach Nugget! Nugget ist cool, Billy! Schau mal, hier, bam! Ausrüsten! Let's go! Yo! Ey, ich bin dieser Kigag-Dig-Dag-Dag-Dag-Dag-O! Das ist praktisch wie anders! Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-Pupsi-P Das funktioniert jetzt nicht mehr. Ich muss jetzt richtig stark werden. Aber ich habe hier noch ein Geschenk. Hm, warte mal. Kann ich mir hier... Oh, anspuchen. Let's go. Jetzt habe ich 16.000. Okay, Freunde. Wisst ihr was? Mein Ziel würde es jetzt sein, Billy einmal aufzuessen, okay? Weil der hat mich schon ein bisschen heute genervt. Hm, alles gut, Samlacki. Ich erlege das für dich. Hey, jetzt bitte endlich in Ruhe. Bitte. Nee, wie verfolgt die ganze Zeit, Billy? Riesig, hast du nicht aufgegessen? Und Leute, was ist mit dem hier? Hm, hallo? Komm mal her hier. Du bist jetzt nicht... Lass ich ihn jetzt aufessen hier. Verstecke oder so, Leute. Und komm her. Ich fress dich auf. Ich fress dich auf. Du kriegst ihn die Meise, Samlacki. Bist du dir sicher? Ey, bleib stehen. Bleib... Er sammelt jetzt alles vor mir auf. Wird noch krasser als ich. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. Ich will nicht aufessen. Hey, nicht abhauen. Samlacki, mach das nicht. Aufessen ist fies. Ich habe bisher niemanden aufgegessen. Ey, ich bin gelogen. Ich habe gerade gesehen, wie du jemanden aufgegessen hast. Warte mal, nee. Hast du wirklich wen aufgegessen? Ey, ja, wisst ihr was? Das bringt nichts, okay? Ich werde jetzt hier weiter farmen. Kriege ich das nicht schon durch VIP? Ich weiß es nicht. Und was kann ich mir hier eigentlich mit den ganzen Cash machen? Ich kann mir, glaube ich, nur Skins kaufen. Also dann sollten wir... Oh, Tränke. Yo. Okay, was geht... Okay, das kostet Diamanten. Wie kann ich mir Diamanten kaufen? Vielleicht im Shop oder so? Hab ich mir hier irgendwie Diamanten? Hm, nee. Es sieht ganz so aus, als ob man hier gar nichts kriegt. Und wir haben halt diese 5K-Startgröße gekauft. Und wir sind schon bei 20.000 VOPs, Dustin. Hm, Samlacki, ich habe Billy aufgegessen, den kleinen Noob. Haha. Äh, hast du nicht? Ich bin ja hinten. Nee, esse ich jemanden auf. Hm, ich habe die noch nicht aufgegessen, aber gleich habe ich sie aufgegessen. Leute, lasst euch gegenseitig in Ruhe. Nein, Freunde, wir lassen uns nicht gegenseitig in Ruhe. Ich werde die gleich alle aufessen. Ich bin Platz 5, Freunde. Seht ihr das? Nee, das ist voll schlecht. Ich bin Platz 1. Ich will die ganz nicht lesen. Ich bin über die. Ich bin Platz 2 und da ist nochmal dieser Große. Oh ja, den müssen wir überholen, Leute. Aber ich glaube, das wird nichts, wenn wir so weitermachen. Wir müssen eigentlich irgendwas Krasses im Shop kaufen. Wie wäre es, wenn wir uns mal zwei Größe kaufen? Oh ja, ich glaube, damit sollten wir auf jeden Fall einen richtig krassen Vorteil haben. Guck mal, wir kaufen... Hey, hier unten ist es einfach billiger? Okay, ich check gar nichts mehr, Leute. Aber wir kaufen uns das. Let's go. Wow. Ich glaube, jetzt werden wir richtig... Ui, yo. Mal zwei Größe. Ey, wie schnell geht das jetzt bitte sehr? Okay, das war Ultra-Pieber. Warum habe ich das nicht vor... Oh, oh, oh. Ey, das ist ja richtig krass. Ey, aber das, mein größter Feuer, ist jetzt auch heftiger geworden. Ich mag erst etwas so wieder reingezittet. Hm, nee, habe ich nicht, Billy. Ey, ich will mich so wieder aufessen. Ja, ich werde dir vielleicht helfen, draufzugehen, Billy. Ich esse dich jetzt auch auf. Okay, ich sonne mich auch zu essen. Oh, doch, Billy. Ich muss mir hier noch einen Kasten an Skins kaufen. Geben die eigentlich irgendwas? Ich kann mir einen Nerd holen, Leute. Oh, Polizei. Nee, jetzt kann ich mich nicht holen. Ich kann mir einen Drache holen oder Hai. Leute, Hai sieht auch richtig gruselig aus. Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt einen Drachen, Leute. Okay? Auf drei, zwei, eins, neun. Wir holen uns einen Drachen. Let's go. Wow, wir sehen richtig gruselig aus. Ich bin so lucky, aber ich bin mein Skins schöner. Oh, ja. W-w-w-w-w, gibt's ja eigentlich nicht so einen Pups-Skinl. Und der richtig, der richtig gut riecht. Billy, Pups riecht nicht gut. Hm, doch. Pups riecht richtig auch. Oh, Pups riecht so lecker. Billy, ich zeig dir gleich, dass ich dich gleich auf... Äh, warte mal. Ich hab mir jetzt mal zwei Größe gekauft. Ich glaube aber, das funktioniert. Und das hat nur einmal funktioniert. Das bin ich, mach ich wieder normal plus. Wie wär's eigentlich, wenn wir in die Mitte gehen? Was bringt das einem? Hm, so, Mackie. Ich glaub, dort kriegst du richtig viel plus. Das sind so richtig große Big Cubes. Also musst du aufpassen, das ist der große. Äh, Mackie, geh dahinter, du bist auf jeden Fall aufgegessen. Dann siehst du, wie ich schlechter bist. Ey, ich bin nicht schlecht, okay? Ich werd mir jetzt hier... Yo. Okay, ich seh's. Billy, ja, das gibt... Es gibt richtig viel plus. Ey, er hat 500.000... Der ist... Billy, entfernt dich von mir, okay? Ich werd dich aufessen. Ich werd dich aufessen. Hm, Sam, Mackie, keine Sorge. Ich helfe dir alles gut. Nein, ich kann dir nicht helfen. Der verfolgt mich. Ich werd dich aufessen. Ich werd dich aufessen. Ich werd dich aufessen. Ich werd dich aufessen. Billy, lass mich in Ruhe. Oh nein, Freunde, ich muss hier abhauen. Billy will mich... Schaut mal, Leute, was für einen fetten Abstand der da oben hat. Okay, da kann man das sehen. Aber, Billy, so langsam hol ich dich auf. Hm, nee, tust du nicht. Oh, doch, Billy, das tue ich. Und ich werd's dir noch beweisen. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich kauf mir hier vorne noch ein paar Glücksräder, okay? Zehn Stück, wie viel kostet das? Leute, ich geb so viele Robux hier aus. Das kann nicht sein. Oh, okay, ich krieg nur noch irgendwelche Geschenke. Warte mal, wir schauen mal, was wir hier kriegen. Zack, zack, let's go. Können wir uns alles gönnen. Damit sind wir sogar noch ein bisschen riesiger. Und wir gehen jetzt nochmal in die Mitte. Und da kriegen wir viel, viel mehr Plus. Billy, wusstest du, dass nur die coolen Leute die richtig schnell essen können? Billy, wer hat dir das denn gesagt? Das weiß ich. Und die coolen Leute haben genau 190.000 Größe. Billy, nur weil du so viel größer hast, heißt nicht, dass du cool bist. Warte mal, ich will uns den hier vorne aufessen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aggressiv werden und Leute aufessen, damit wir schnell Plus kriegen. Zum Beispiel, wenn ich den hier... Billy, was hast du da vorne geholt? Äh, was meinst du? Billy, hab ich ein Schild gescheatet. Leute, ich hab gar nichts gemacht. Oh doch, Billy, hast du auf jeden Fall. Du hast dir irgendwas da gecheatet. Warte mal, Billy, kannst du bitte zu mir locken? Dann können wir ihn essen. Ja, Mackie, ich esse ihn und dich esse ich auch. Hey, Billy, das war... Junge, eigentlich wollte ich den essen, okay? Ich hab ihn in die Falle gelockt. Ja, Pest gehabt. Nein, Billy. Alter, Billy ist jetzt auch schon größer als nett. Nee, komm her, ich werde dich aufessen. Nein, lass mich bitte in Ruhe sein, Mackie. Du musst mir helfen. Lass mich nicht essen. Ja, hört auf, geh mich zu Team. Alter, Leute, ich werde mich auf jeden Fall nicht essen lassen. Das könnt ihr vergessen, okay? Ich werde die anderen hier essen. Komm, 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 okay, das klappt leider nicht. Alter, Billy wird so richtig aggressiv. Das kann nicht sein. Billy ist richtig riesig geworden. Ich werde euch alle aufessen. Lass uns bitte in Ruhe. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir machen das noch einmal. Wir geben uns jetzt 500.000 Stärke. Und dann werden wir... Äh, warte mal. Nelly hat Billy aufgegessen. Was? Haha, das hast du davon, Billy. Du bist so als ein Noob. Leute, das war nicht fair. Warum habt ihr das getan? Ich bin halt die Krasseste. Okay, Leute, das war es einfach komplett. Nelly hat Billy aufgegessen. Ey, warum bin ich noch so schlecht? Das kann doch nicht sein. Ich muss krasser werden, Leute. Ich habe 72.000 und habe diese Drachenskin. Trotzdem bin ich noch nicht so gut. Ich glaube, ich muss anfangen. Leute, äh, Nelly, es sieht gar nicht gut aus bei dir. Simlucky, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Äh, Nelly, ich glaube, da kommst du jetzt nicht mehr so einfach raus. Nein, Simlucky, ich wurde aufgegessen. Dieser riesige Typ hat mich aufgegessen. Einfach so richtig ehrenlos. Äh, Nelly, weißt du, wie man es nennt? Lass mich raten, du willst mich beleidigen. Kann man nicht, Mann, das. Okay, Billy, nein, das geht so weit. Wie konntest du was nur sagen? Nelly war nicht besser. Er ist nicht draufgegangen. Ey, Billy, jetzt werde ich mich an dir rächen, okay? Gerade eben hast du mich doch ausgelacht. Jetzt werde ich dich... Nein, Billy, warum hast du ein Schild? Versuch mich doch zu essen. Versuch mich doch zu essen, wenn du kannst, du kleiner Noob. Alter, Billy, du bist ehrenlos. Nein, stopp, stopp. Ja, jetzt, jetzt, jetzt freust du dich noch. Aber gleich ist dein Schild abgelaufen. Haha, genau jetzt. Jetzt werde ich immer weißt, was, Billy. Ich lasse mich in Ruhe, okay? Du, kleiner, kannst mir sowieso gar nichts. Auf mich kleinst du, ich bin stark. Wir sind im Lacky, ich bin jetzt richtig winzig. Oh Mann, ich bin so traurig. Nelly, aber du kannst hier in der Mitte sein. Da kriegst du richtig viel. Leute, gerade eben wart ihr die Besten. Ihr seid die, die Schlechtesten. Jetzt bin ich der Beste von euch. Hey, hör auf, dich darüber lustig zu machen, okay? Nur weil dieser riesen Magma-Typ, der Dudi, mich aufgegessen. Nur weil dieser riesen Magma-Typ mich aufgegessen kann, kann ich nichts dafür. Oh, nee, er hat zu verdienen, ganz ehrlich. Okay, Billy, nein. Das lief mir echt leid. Aber, weißt du was? Ich habe hier vorne ein Magnet bekommen. Okay, das muss OP sein, Leute. Kann ich damit richtig viel aufheben? Yo, yo. Ey, man, ah, es gibt hier überall so einzelne... Ey, das ist nicht so am ersten Mal, Leute. Jetzt sind sie nur noch größer. Mhm, aha, das ist mir okay, Leute. Hat mir nichts... Ah, da unten können wir das uns angucken. Schaut mal, Leute. Okay, aber wir kriegen nicht so viel Plus. Wir werden in der Mitte mit diesen Effekten. Aber wir gönnen uns jetzt hier noch ganz, ganz viel. Ey, das ist doch voll OP. Ich kriege größer Plus. Ich habe diese Magneten. Dann kriege ich extra viel, Leute. Und zack, noch ganz viel einsammeln. Boom. Ey, ich habe richtig viel Plus gemacht. Ich glaube, so 5000 oder so. Okay, dieses Geist. Voll schlecht, ey. Nein, Billy, das ist gut. Und weißt du was? Ich werde jetzt noch einmal im Glücksrad drehen. Und, yo, was habe ich bekommen? Oh, mal zwei. Im Shop hat... Das kann ich mir im Shop holen? Warte mal, Leute. Ich schau mir das mal an. Will ich mir das wirklich im Shop kaufen? Ich habe mal zwei bekommen oder so. Wo kann ich mir das abholen, Leute? Das habe ich gerade bekommen. Ah, hier vorne sind die Tränke. Mal zwei Größe. 29 Minuten. Was? Ey, wie OP ist dieser Trank? So, Lucky, halt die ganze Zeit. Oh, ja. Ich finde mich so gut. Leute, ich bin auch immer viel besser. Ich werde euch wieder überholen. Leute, gerade eben bin ich der Beste. Okay. Und ich glaube, ich bin dritter Platz. Mein Ziel ist es wenigstens, zweiter Platz zu werden. Okay. Ich muss die dann... Dann, naja, muss ich überholen auf jeden Fall. Schau mal, hier vorne ist jemand. Den werde ich aufessen. Komm her. Dieses Aroma verfolgt mich die ganze Zeit. Äh, Leute, ich werde dir helfen. Ne, lass den Nacki in Ruhe. Ich werde dir helfen. Ey, Billy, ich werde Nacki helfen. Äh, 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 und du nicht. Lass den Nacki helfen. Ich bin, ich bin der Zwickmühle. Keine Sorge, Nacki. Ich esse den auch für dich. Ich werde dir helfen. Danke, dass du mich nicht aufgegessen hast. Ähm, ich kann dich, Nacki. Ich kann dich viel besser beschützen. Hm, hast du aber gerade nicht gemacht. Oh, ja. Ich habe sie beschützt. Und weißt du was? Ich gehe jetzt zu diesen Roman und ich werde ihn aufessen für dich, Nacki. Komm, Herr Mann. Jetzt noch mal ein bisschen Cash. Guck mal, ich bin hier ein Drache, okay? Ich bin ultra-OP, Leute. Keiner kann mir was. Leute, ey, helfen wir mal bitte. Ich werde gerade aufverfolgt irgendwie. Oh, warte mal, Leute. Ähm, das verfolgt. Oh, ich kann den hier essen. Der wird jetzt gerade in der Zwickmühle. Oh, Mann, der Lolli hätte ihn in die Zwickmühle machen können. Da hätte ich ihn aufessen können. Aber warte mal, wenn der ihn isst, dann hat er 60.000. Und jetzt kann ich ihn essen. Haha. Hm, Nacki, schau mal. Ich helfe dir. Ich loge ihn zu mir. Äh, nee, ich glaube, das wird nicht klappen. Aber, hm, kann ich vielleicht, vielleicht kann er sich dahinter verstecken. Die Kleinen können sich dahinter noch verstecken. Aber, warte mal, wenn ich den jetzt da esse, komme ich dann nicht mehr raus? Ich glaube, dann komme ich gar nicht mehr raus. Das ist voll lost. Hm, dann mag ich nicht, dass du wieder dann versteckst. Dann mag ich essen, essen. Nein, ich glaube, das mache ich nicht. Warte mal, ähm, wir versuchen es mal. Und, mhm, 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 nein. Leute, das klappt einfach nicht. Ey, er versteckt sich dahinter. Komm da raus aus deinem Versteck. Haha, das ist super, nur ganz ehrlich. Okay, das war es mit ihm. Das war es mit ihm. Der kann, ja, let's go. Oh, Alter, ich hab den, ich hab richtig viel Plus. Ich hab das doppelte Plus bekommen. Hey, wie OP ist das denn? Ah, wenn ich diesen Trank habe. Warte mal, was, du hast so viel Plus bekommen. Maki, kannst du mir vielleicht jetzt helfen, wenn du so viel Plus bekommen hast? Okay, Billy, weißt du was? Dafür helfe ich dir jetzt einmal nur. Spaß, ich werde dich aufessen, Billy. Hey, Maki, lass mich rum. Bitte nicht, Billy. Nee, Maki, wir haben immer gute Freunde. Maki, du hast mich davor auch aufgegessen. Okay, das ist dein Karma. Ich werde dich jetzt auf... Show! Alter, Leute, ich bin so riesig. Okay, okay, okay. Davor war ich schon 500.000 Stärke, aber das hab ich mir gecheatet. Aber jetzt hab ich das selbe Arsch geschafft. Hm, Simlaki, hast Billy aufgegessen? Ich werde Rache nehmen, Simlaki. Ich werde Rache nehmen. Vertrau mir. Du wirst... Du willst mich nicht kennenlernen. Billy, entspann dich. Oh, nein. Billy, ich seh schon wieder diesen Big Baba Bububoss auf mich zulaufen. Junge, der hat 8 Millionen. Wie soll ich den besiegen? Das ist unmöglich. Und der rennt auf mich zu. Warte mal, ich hab eine Idee. Wie wär's, wenn ich mich hier hinter verstecke? Da kann der nicht hin. Leute, warum verfolgt er mich jetzt? Ey, könnt ihr ihn vielleicht von mir ablenken? Ess ihn, ess ihn, ess ihn. Leute, nein, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht gegessen werden. Oh, Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Warum verfolgt er mich, Leute? Ess ihn, ess ihn, ess ihn. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, Freunde. Ich glaub, ich kann hier hinter... Und dann hab ich mich hier versteckt. Perfekt. Okay. So, hier kriegt er mich auf keinen Fall. Niemals kriegt er mich hier. Ich will einfach die ganze Zeit hier hinterbleiben. Okay, und wenn... Alter, Leute, was mach ich jetzt? Ich brauch ein Schild. Kann ich irgendwie ein Schild kaufen, Nanny? Geht das? Ich muss aufpassen. Gleich frisst er mich noch auf. Oh, ja, aber weißt du was? Ich bleib jetzt einfach die ganze Zeit hier hinter. Haha, hier kann er mich nicht essen. Haha, du kleiner Noob, kannst mich nicht essen. Hahaha. Guck mal, jetzt geh ich einfach um die Ecke so. Oh, was ein kleiner Noob, Junge. Haha, so ein Lacky, der ist ja voll schlecht. Okay, aber was ist jetzt dein Ziel? Will der hier jetzt einfach die ganze Zeit bleiben und gar nichts machen? Ich versuch den Weg zu machen, aber es klappt irgendwie nicht. Ich kann ihn weglocken. Geht nicht. Hm, der will dich aufessen, der Lacky. Vergess es. Okay, Leute, vielleicht kann ich mir hier irgendwie, warte mal, wir gehen mal auf Tränke. Kann ich mir hier so einen Zauber kaufen, dass man mich nicht attackieren kann? Oder, äh, Nanny, du hast dich essen lassen, okay? Das war gar nicht gut. Hehe, Nanny, kleiner Noob. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich lief sogar das Game. Ich will dem nicht einen Punkt geben, aber es sieht ganz aus, als ob der... Ja, der ist schlecht, Leute. Guck mal, wie schlecht der ist. So, das heißt, ich kann jetzt abhauen. Ja, ich hab's geschafft, Billy. Der Lacky, nein, du hast nicht gesagt, du bist schlecht. Hm, Simak, ich bin hier unten. Fress mich nicht auf. Ey, Nanny, pass auf, okay? Der Lacky ist genau unter mir. Könnte ich aus Versehen aufessen, aber der kriegt mich jetzt sowieso nicht eingeholt. Und dann gleich, wenn ich mich wieder dahinter verstecken, hat der keine Chance, Junge. Der will mich ganz schnell aufessen. Hör auf, mich aufzuessen. Lass mich in Ruhe, bitte. Nanny, so Lacky, weißt du was? Leute, wir müssen jetzt alle schnell aufs nächste Video drücken, um dich zu retten. Oh ja, Leute, drückt ja schnell alle aufs nächste Video. Lasst ein Abo und like, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und tschüss. Leute, ciao, ciao. Ich esse sehr auf. Hey, lass mich in Ruhe. Du hast mich aufgegessen. Das ist nicht cool. Oh ja, hey, hey.